Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Video nach dem Canary Star Also gesagt, zum zweiten Video Und im zweiten Video haben wir direkt einen sehr, 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 sehr seltenen Gast dabei Großes und cooles Thema Und dabei ist natürlich der Jaros Wer schon länger dabei ist, kennt ihn Wer noch nicht so lange dabei ist auch Stimmt eigentlich auch, ja Okay, ich würde sagen, du kannst ja mal das Thema sagen Ja, und zwar planen wir unser eigenes, Varo-artiges Projekt Das soll Jano heißen Für Jaros und Notizel Ja, und da sind wir auch auf eure Unterstützung angewiesen Ihr könnt euch da anmelden Wenn ihr über 100 Abonnenten habt, zeigt ihr schon mal fix drinnen Wenn ihr nicht 100 Abonnenten habt, dann schauen wir halt mal, was wir da noch machen können Und wie ihr eure Chancen da vergrößern könnt, um reinzukommen Ist Spenden, das klingt jetzt erstmal geldgeil Aber da muss man sich halt vor Augen halten Wir müssen halt den ganzen Servern alles selber zahlen Und das ist nicht wenig Geld Das sind sicher 40 Euro Und da wäre halt eine kleine Unterstützung von euch Recht nett Weil das halt, naja, nicht billig ist Und wenn ihr jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wenige Abonnenten habt Und ihr euren Slot dann selber zahlt Das wären halt dann so 1-2 Euro Dann seid ihr natürlich trotzdem drinnen Und auch wenn ihr 100 Abonnenten habt, wäre es halt sozial Wenn ihr dann trotzdem mal sagt, ja gut, zahlen wir halt Ich habe noch eine Passive Cutter, das sind halt vielleicht noch 2-3 Euro droben Gebe ich sie ihnen Dann wird das Projekt besser Und wir müssen nicht so viel Geld da reinballern Ja, und ich denke, du erklärst mal kurz die Regeln Genau, und ich erklär jetzt mal die Regeln Und zwar ist es so Dass das Projekt in den Winterferien starten soll Das heißt, dass wir nicht direkt einen Tag vor Weihnachten oder zu starten Weil das wäre gar nicht mal so klug Zum Beispiel gehen ja manche Leute auf Skiurlaub oder irgend sowas Oder feiern Weihnachten bei Freunden und Silvester auch Oder irgend sowas halt Was man sich halt alles vorstellen kann Weil familiäre Gründe geht natürlich vor Wie so ein Projekt Und deswegen haben wir uns geplant, dass wir am zweiten Ersten 2017 Anfang des Projekts Und die Uhrzeit steht noch nicht genau fest Also wann es genau startet Das werden wir dann in einer Skype-Konfi Alles bereden, wann es Anfang soll und so Wann es für jeden richtig gut passt Das heißt, es kann zum 11. Anfang um 15 Uhr Aber das steht alles noch in Stern Also darüber müssen wir uns noch keine Sorgen machen Und zwar Es können 26 Leute mitmachen Wahrscheinlich so genau wissen wir es jetzt noch nicht Aber so wird es genau sein Mehr ist natürlich besser, weniger ist noch nicht so cool Aber das hängt auch ganz davon ab Ob ihr spendet oder nicht Weil wenn keiner spendet, haben wir leider nur Okay Haben wir leider nur die Möglichkeit 20 Slot zu machen Ich weiß, aber wir sind halt beide nicht die reichsten Alternativen, die Teamen Das war ein Scheiß Ja Na ja Schauen wir uns diesen Kampf schon an Die haben geteamed im Finale Das war nichts Er sind bö Ja So sind wir direkt in der neuen Runde Und wo war ich? Ähm, du warst bei den Regeln Und dass wir nicht so viel Geld haben Genau bei den Regeln Ich denke, die meisten sind von euch auch nicht die reichsten Und wir wissen das, wie wenn man nicht so viel Geld hat Und ja Es wird wahrscheinlich am Spawn Einen Kreis geben Und in der Mitte ein Turm Und damit auch Ähm Das Portal und alles so sein Wie man es halt von Varro kennt Und wir haben das MC Varro Ähm, Mr. Varro Entschuldigen Plugin vorher eingeplant Das ist nämlich das beste und das bekannteste Varro Plugin Es wird 15 Minuten gehen In etwa, also Ja Eine Folge wird 15 Minuten gehen Meinst du, oder? Genau Ja Ähm, es ist Aufnahmepflicht Und Beide Partner müssen über 100 Abonnenten sein Aber wenn man zum Beispiel spendet Ist man auch fix dabei Ja, oder wenn nicht genug Leute sich anmelden Genau Ja Ja, wenn sich nicht genug Leute anmelden Oder halt wenn es Nur 30 Also wenn jetzt zum Beispiel Eine 30 Abonnenten hat Aber 5 Euro spendet Dann kann man direkt Ähm, 5 Slots mehr machen Und dann ist er natürlich dabei Weil es ist so blöd Wenn einer spendet und nicht dabei ist Also Ja Ich glaube das kann auch jeder nachvollziehen Und wird auch keiner böse sein Ich packe euch einfach dann mal den Link in die Beschreibung Mit dem Strike System ist es wie im echten Varro Wenn man einmal die Regeln bricht, werden die Koordinaten veröffentlicht Wenn man sie zweimal bricht, ähm, wird das Inventar gelöscht Und beim dritten Mal brechen, schaltet man dann aus dem Projekt Denn dann hat man da auch nichts verloren Genau Weil wer dreimal die Reihen wegen Es ist Man darf eh zweimal die Regeln brechen Sacken mir auch nichts Wer halt die Regeln bricht, ist auch selber schuld Ja Aber das ist jetzt auch wieder ein ganz anderes Thema So Ähm, die Border wissen wir noch nicht ganz genau Aber ich denke Bei 10 oder, ähm, bei nur noch 10 verbleibenden Spielern Wird dann die Border Wird dann wahrscheinlich verkleinern, ja Ja Aber Du wirst dann noch nicht wie viel mitmachen und so Aber Ganz genau Aber in etwa wird das dann schon so sein Ja Was haben wir jetzt eigentlich schon gesagt Die Regeln, die Strikes, dass man spenden kann Und die Anmeldung glaube ich auch Wir packen euch einfach mal die Links auch alle in die Beschreibung Wo ihr die Regeln durchlesen könnt, wo ihr euch anmelden könnt, wo ihr spenden könnt Und das Ganze wird auch noch ergänzt Deswegen, ähm, würde ich ein Abo dalassen Also jetzt nicht, weil ich so Abogei will, sondern einfach weil es praktisch ist Weil ihr dann sofort immer mitkriegt, wenn ein neues Video über das Projekt kommt Ja Weil es ist ja lästig, wenn man sonst jedes Mal jedem eine E-Mail schreiben muss Deswegen haben wir uns gedacht, lösen wir das so Ja Also wir sind ganz und gar nicht Abogei Und ja, das war es eigentlich schon, oder? Was? So, jetzt stehe ich hier im Finale Vielleicht kann ich ihn hier noch bekommen Und was ich auch noch sagen könnte Ist, dass ich 431. bin Ich weiß, sie sitzt auch nicht so Cool Also so gut, aber Aber er macht wohl Tag 100 Plätze gut, also Ja Also Ich schwitze das ganze Game hier schon Um einiges Und da haben wir gewonnen Und ich denke, das ist eigentlich ein richtig guter Abschluss für mein Video Vielleicht können wir für deines noch eine Runde spielen Oder du hörst jetzt auch auf Ja Ja, das ist ein richtig guter Abschluss für mein Kanal Und ich würde dann einfach sagen, ich pack den Link rein Und wenn ihr es nicht ganz verstanden habt, könnt ihr das Video gerne nochmal anschauen Eine positive Bewertung wirklich aufreuen Und Ja Mich auch Das war es eigentlich Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal Und Ciao Von meiner Seite auch Bis zum nächsten Mal